läuft's servus leute was geht's bin mal wieder unterwegs hier bist du auf messplatz hinter mir wird gerade Achterbahn aufgebaut hier für Frühjahrs-Mess genauer gesagt der Höllenblitz Höllenblitz der Coaster könnt ihr da auf den Wagen erkennen das ist Höllenblitz der Coaster mit Sonnenbrille und mal wieder luftiges Hemd heute mal ohne Jacke ich bin ganz ehrlich ich habe die jetzt mal in die Wäsche rausgebracht klingt ein bisschen ekelhafter Fakt aber ich habe die jetzt seit einem Monat nicht ich habe die jetzt monatelang getragen weil ich habe viele Jacken ich habe vielleicht nur zwei und die eine die ganze Zeit aber scheißwetter ist ja nicht nutzlos ist ja eine Dekoration sieht halt eher warm noch sonst was da hat meine andere die ich jetzt jenes an hatte und ich wollte sie schon länger halt waschen bringen aber jedes mal weil irgendwie hat es halt geregnet oder so jetzt ist halt so Wafeljacke hier muss ich nur gucken weil hier gerade ein Fahrzeug nach hinten fährt das sieht schon heiß aus aber man sieht auch schon vor Weiten aber diese zwei Autokräne dort bemerkenswert bemerkenswert da spielt jemand Saxophon äh ich habe jetzt übrigens meine Sonnenbrille abgesetzt damit ich es ein bisschen besser sehen kann meine Haut ist einfach meine Haut ist einfach rot warum ich denke wahrscheinlich weil ich auch nicht so ganz die Sonnevertragung tue weil ich immer wenn ich rumhocke zuhause halt dann werde ich das eh in Zukunft weniger machen ja hallo was geht dann mit Mickey Maus Stimme und so manchmal bin ich in Spasti bin ich ganz ehrlich dann denke ich mir jedes mal so warum hast du das jetzt eigentlich gemacht unnötig und es war halt nicht mal wirklich lustig runter Ja, schwieriger als rot, Mann. Hala, wenn ich das nächste mal raus gehe, nehme ich noch eine Wasserflasche mit. Nur, damit ich die auf den Arm schütten kann. Ich gehe zu Briesenburg. Richtig warm heute. Na ja, natürlich. Ja, natürlich ist es warm. Was muss immer sein, richtig. Natürlich sagen und allen Leuten einfach zu micken. Ich weiß nicht warum. Nennt man sozial. Also, ich bin jetzt im Park. Aber ganz schön ist es nicht. Es ist einfach zu trocken und zu warm hier. Ja. Ich glaube, bis drüber in den City Park laufe ich nicht. Weil das Ding ist, im City Park, dort gibt es einen See. Ja. Ich meine, okay, der ist gerade da hinten um die Ecke. Aber trotzdem. Ich bin gerade im Otto-Drunkenhof-Park. Aber... Empfehlen kann ich es nicht. Weil es ist hier einfach zu warm. Zu warm. Dickig und sonst was. Nee. Ja, okay. Das ist halt aber tatsächlich generell normal in Karlsruhe, dass es halt wirklich unangenehm ist, wenn es warm ist. Normalerweise ist es ja so. Keine Ahnung, wie es normalerweise ist. Aber hier, also ich sage, hier ist es halt so. Das ist kein Wetter, welches hier gut ist. Weil im Winter, es ist ein regnerisch. Es ist einfach nur kalt oder sonst irgendwas. Aber im Sommer ist es einfach stickig. Nicht mal mehr warm, es ist einfach stickig. Naja. Das ist dann wiederum ekelhaft. Wollt ihr wissen, was eine gute Tat ist? Ganz einfach. Wenn irgendjemand Müll irgendwo hinlegt, dann ist es eine gute Tat, diesen wegzuwerfen. Nur so, mein Müll war das nicht. Er lag nur dort auf der Bank. Damit dann nicht der Nächste sich dort hinsetzt, bin ich so nett und habe es jetzt weggemacht. Also an alle, die sich auf diese Bank gucken, gern geschehen. Naja. Naja. Ne, weil, äh. Geht einfach nicht. Und, wisst ihr, wie man sowas nennt? Was ich gerade gemacht habe? Umweltschutz. Ja. Klar. Klar, habe ich natürlich damit nicht gleich den Klimawandel so gestoppt. Nee, aber ich habe eine Nättigkeit getan. Ja. Kann mir ja mal machen. Ich hab's übrigens getan. Bin City Park. Ja. Ich dachte nur so, ey. Warm. Hinten. Stickig. Also City Park. Ja. Was auch gut ist, habe ich tatsächlich schon meine Hand an einem Brunnen gehalten. Die war knall orange. LOL. Weil. Eigentlich habe ich keine Ahnung warum meine Hand so rot ist. Ich weiß nur eines. Nicht so gut. Hier auch. Seht ihr das? Knallrot. Da fängt einfach ein Flugzeug. Was? Ein Flugzeug? Ja. KSC. Nice.